Herzlich willkommen zu einer weiteren Einheit in der Insta-Statistik. Dieses Mal haben wir als Aufgabenstellung die Conversion-Rate für die Post eines Influencers beträgt 2,1%. Frage 1 dazu. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der zehnte Besucher zur ersten Conversion führt? Und b. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Conversion erst mit dem 20. Besucher oder später erfolgt? Dass jetzt hier darum geht, wann das erste Eintreten vorkommt, haben wir im Fall der sogenannten geometrischen Verteilung. Dabei geht es immer um erstes Eintreten. Dafür brauchen wir auch nur einerseits die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis eintritt, also hier, dass das Ereignis der Conversion eintritt und entsprechend, wann es eintreten soll, zu wievielten Wiederholungen. Das heißt, wenn wir uns das für das erste angucken, hier ist unsere Wahrscheinlichkeit 2,1% und das, was wir suchen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass p von x gleich 10 ist, also der zehnte Besucher derjenige ist, wo es zur ersten Conversion kommt. Das heißt, wir haben ein p von 0,021, ein kleines k von 10 und damit können wir einfach dann die Formel, die Wahrscheinlichkeitsfunktion für die geometrische Verteilung nutzen. Wir haben dann hier 1 minus p hoch 9, 9 ist halt klein k minus 1, das heißt, hier diese 10 minus 1 gibt die 9 und dann einmal mal p. Also die ersten 9 Mal soll das Ereignis nicht eintreten, beim zehnten Mal soll das Ereignis eintreten. Dann gehen wir das in den Taschenrechner ein, kriegen dann hier als Ergebnis raus 1,73%. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Conversion bei dem zehnten Mal auftritt, beim zehnten, bei der zehnten Person auftritt, beträgt 1,73%. Das war jetzt der Fall, dass wir an dieser Stelle lediglich eine Gleichheitssituation haben. Jetzt können wir das Ganze auch für eine Verteilungsfunktion machen. Hier haben wir die gleiche Wahrscheinlichkeit gegeben wie vorher. Was wir aber suchen, ist jetzt p von x größer gleich 20. Der Vorteil, den wir hier haben, das können wir umschreiben, weil nach oben hin sind ja keine Grenzen gegeben, durch die Gegenwahrscheinlichkeit 1 minus p von x echt kleiner 20. Und echt kleiner 20 ist nichts anderes wie kleiner gleich 19. Das heißt, wir berechnen hier eigentlich 1 minus p von x kleiner gleich 19. Hier haben wir jetzt auch eine schöne Formel für die geometrische Verteilung, speziell für die Verteilungsfunktion. Genau die können wir hier auch in der Rechnung verwenden. Das ist nämlich, also erstmal hier diese 1 minus, und dann haben wir 1 minus die Gegenwahrscheinlichkeit hoch diese 19. Das heißt, hier dieser Teil, diese Wahrscheinlichkeit ist 1 minus 0,021 hoch 19 und das abgezogen von 1. Da wir jetzt hier vor auch nochmal 1 minus stehen haben, heben sich diese beiden Einsen weg. Minus und Minus hebt sich auf. Das heißt, ich habe Ende nur Gegenwahrscheinlichkeit hoch 19 und da komme ich dann auf 66,81%. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Conversion erst mit dem 20. oder sogar erst später auftritt, beträgt etwa ein bisschen mehr als 2 Drittel. Ja, und damit haben wir dann auch diese Aufgabe, beide Teile der Aufgabe erfolgreich absolviert. Ich sage dementsprechend auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.